Wir sind nun am Ende des MOOCs angekommen und ich möchte diese Stelle nutzen, um mich bei den vielen Menschen zu bedanken, die in dieses Projekt involviert waren. Zunächst einmal gilt mein Dank den Vortragenden, die die einzelnen Lektionen gestaltet haben. Danke, dass ihr diesen Kurs möglich gemacht habt. Und ein ganz, ganz großes Danke an das Redaktionsteam und alle diejenigen, die hinter den Kulissen so viel Zeit und Energie investiert haben, damit der MOOC heute in dieser Form vor Ihnen stehen kann. Und natürlich auch vielen Dank an Sie, dass Sie am MOOC Digitales Leben 4 teilgenommen haben und bis zum Ende durchgehalten haben. Eine Frage hat dabei alle Lektionen von Digitales Leben 4 bestimmt. Es ist eine Frage, die mit jedem technologischen Fortschritt neu gestellt werden muss. Und auch wenn die Antwort im Kontext der digitalen Transformation oft schwer zu finden und selten eindeutig ist, dürfen wir nicht müde werden, sie zu stellen. Wer trägt die Verantwortung? Ich hoffe, dass Sie durch die fünf Lektionen dieses MOOC neue Perspektiven auf Ihr und unser aller Digitales Leben gewinnen konnten. Falls Sie Lust haben, schauen Sie doch noch kurz ins Significant Terms Tool und besuchen Sie auch gerne unsere anderen MOOCs der Serie Digitales Leben. Ich würde mich freuen. Bis bald!